Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wer hat Stress? Au revoir. Ja, Polizist, ja Leute. Ihr wisst ja Bescheid, manchmal müsst ihr auch kämpfen ohne Waffen. Was haben wir geübt, Tai Chi? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, ja. The Kung Fu Fighting. I went to Kung Fu Fighting. Was ist das denn jetzt? Alter, der hat mein Rucksack gestreilt. Das ist nicht cool. Ja, das war ein Mädchen oder was? Vielleicht mit den Rebellen. Oh, das ist raus. Oh, das ist raus. Oh, das ist raus. So, der Letzte, der gerade geschlafen hat. Ja, hab ich stream noch. Ja, ich stream noch. Der Letzte, der gerade geschlafen hat. Jetzt müssen wir die Übung nochmal wiederholen. Hey, zurück in die Reihe! Peter, wie ist das denn jetzt? Was? Wenn du nicht irgendwas ingehm laufen lässt, kannst du da nichts für, oder? Nee, doch. Dann muss ich halt weggehen. Nee. Hier, geh mal wieder in die Reihe hier. Ich glaube, du spinnst dir an dein Nebenmann. Die Reihen müssen geschlossen werden. So, jetzt zeig mal, was ihr drauf habt. Auf drei. Na, da vorne gucken! Äh, jetzt bin ich bereut. Auf drei. Sag bitte noch Go nebenher. Zwei, drei, go! Die Krieger der weißen Mütze. Ich war nie stolz, an diese Waschlappen zu sehen. Die sind mein ganzer Stolz. Ich weiß, sie stinken, aber trotzdem sind sie mein ganzer Stolz. Ja. Jungs, aus euch sind richtige Männer geworden während der Grundausbildung. Peter, geh mal bitte drei Schritte weg. Ich muss kurz was anmachen. Das muss gerade sein. Ja, mach doch. Das ist eine Behalbung. Ich raste aus. Ja. Ja, war kackt. War kackt. So, Jungs, wollen wir jetzt nochmal irgendwas Produktives tun? Ach, du Scheiße. Jetzt werden sie auch noch nostalgisch, die Pisser. Auf! Drei, zwei, eins, go, oder? Ja, drei, zwei, eins, go. So, Jungs. Drei, zwei, eins, go! Oh! Geil. Du musst da eben von oben nehmen. Ich kippte doch auf, ey. Oh, Mann. Das muss geschnitten werden, weil sie dann YouTube weiter. Wurz auf. Jetzt reicht es aber hier, weil das könnt ihr gleich wieder nicht kämpfen. So und jetzt alle zum Meckers, ihr habt genug trainiert.